Ein Wechsel bevor. Genau. Ich weiß nicht, wer wen ablösen soll, aber irgendwas steht ja an. Jan löst mich ab. Tatsächlich. Er übernimmt das Geschäft zum 1.1. Wie lange dauerte dieser Prozess, dass Jan das übernehmen soll und wird? Eine Minute. Ja. Bin in dem Moment, wo Dirk und Ulrike das übernommen haben, habe ich als Student hier meine Semesterferien verbracht. Cool. Und war da schon klar, den Laden schmeiße ich irgendwann? Also das gibt es, 8000 Euro Rede. Ohne Probleme. Werden abgekauft? Ja. Was können die? Was können die, dass sie 8000 Euro wert sind? Fahrradfahren. Ist der Andrang so groß, die Nachfrage immer noch so groß? Ja. Okay. Zu welchem Friseur gehst du eigentlich? Auf ne Tasse Tee mit Jan Notbar und Dirk Clausen. Wir sitzen hier heute bei Zweirad Clausen. Und warum wir das tun und warum ich hier mit zwei mehr oder weniger jungen Männern sitze, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Tee-Kontor Nordfriesland. Und wir wollen heute erfahren, was hat eigentlich die Fahrrad, die E-Fahrrad-Branche auf sich? Was, wie ist der Bedarf hier in Husum und Umgebung und was steht eigentlich so in der nahen Zukunft noch so alles an? Einmal hier bei Zweirad Clausen und generell in der ganzen Branche. Und ich freue mich, dass es mit uns dreien hier heute bei euch geklappt hat. Moin Jan, moin Dirk. Moin Tore. Hallo Tore. Warum sitzen wir hier eigentlich? Ich meine, wir wollen schon immer mal eine Tasse Tee zusammenbringen, aber es hat ja einen Anlass. Wer will anfangen? Oder soll ich schon mal was anteasern? Ja, teaser mal was. Hier steht ein Wechsel bevor. Genau. Ich weiß nicht, wer wen ablösen soll, aber irgendwas steht ja an. Jan löst mich ab. Tatsächlich. Er übernimmt das Geschäft zum 1.1. Das ist tatsächlich der Grund, weshalb wir hier auch sitzen. Wir wollen Klarheit schaffen. Genau. Eine Übernahme hier. Also keine feindliche Übernahme, sondern eine friedliche Übernahme. Ja, ob feindlich oder nicht, das kriegen wir ja noch zu sehen. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Das war das, was wir gerne kommunizieren möchten. Ich habe nämlich schon mal gehört, Mensch, der Klausen hört auf, der Laden macht dicht. Das ist ja nicht so. Nee, eben. Erzähl mal, wie ist das genau? Das ist so. Wir kennen uns schon sehr lange. Und meine Frau und ich haben gesagt, wenn wir jemanden finden, der das Geschäft übernimmt, wollen wir uns rechtzeitig drum kümmern. Und Jan ist, oder es hat sich zwischen uns so ergeben, dass es jetzt vielleicht ein bisschen früher ist, als es hätte sein sollen. Aber bevor Jan sagt, hier fünf Jahre warte ich nicht, dann suche ich mir was anderes, haben wir gesagt, nö, dann würden wir es gerne jetzt machen. Seit knapp zehn Jahren leitest du ja hier das Geschäft. Genau. Von meiner Mutter übernommen, ja. Ist ein Familienbetrieb. Seit 70 Jahren habe ich eben erfahren. Ja, genau. Absolutes Traditionsunternehmen hier fast schon in Husum. Das wird jetzt nicht familiär weitergegeben, oder? Nein. Aber quasi familiär. Quasi familiär. Du gehörst schon zur Betriebsfamilie hier. Ich gehöre zur Betriebsfamilie, ja. Du bist nicht erst seit vorgestern hier, sondern schon eine ganze Weile. Ich bin in dem Moment, wo Dirk und Ulrike das übernommen haben, habe ich als Student hier meine Semesterferien verbracht. Cool. Und war da schon klar, den Laden schmeiße ich irgendwann? Nee, nicht ganz so direkt. Es war immer im Hinterkopf so ein bisschen der Gedanke, so wie Dirk das macht, man könnte die letzten Jahre bis zur Rente sowas mal machen. Fand ich total charmant. Aber der Maschinenbau war da noch eine bisschen größere Leidenschaft. Das hattest du zu der Zeit studiert, Maschinenbau? Genau, in Hamburg. Und jetzt schraubst du an Fahrrädern? Jetzt schraube ich an Fahrrädern. Ist das ähnlich anspruchsvoll wie Maschinenbau mittlerweile? Ja, kann man sagen. Also es ist nicht mehr die schlichte Dreigangsschaltung, die vor 50 Jahren repariert wurde, durch den E-Bike-Boom, viel Elektronik und viel Mechatronik, auch durch Hydraulikbremsen. Du trittst hier ja in recht große Fußstapfen, in einen Familienbetrieb, das du jetzt übernehmen wirst, zum 01.01.2023, nicht nur als Geschäftsführer, sondern wirklich als Besitzer. Genau. Hast du Respekt davor? Ja, tierisch. Es ist eine Riesenverantwortung, wenn man bedenkt, dass wir zwischen 15 und 17 Mitarbeiter haben. Das ist Verantwortung, die dahinter steckt. Da sind 15 Leute, die sich darauf verlassen, dass das hier läuft und ja, ist Respekt. Wie viele Kunden ungefähr verlassen sich jetzt kümplig auf dich, dass es läuft? Also in der Werkstatt, weiß ich, sind wir bei knapp 10.000 von der Kundennummer her. Ist das viel? Klingt für mich sehr viel. Für mich ja auch, wusste ich jetzt nicht. Ja, das ist eine Menge, ne? Damit, also der Laden läuft noch und soll auch weiter. Natürlich. Dafür haben wir eine Meisterschule gemacht, dass man das auch auf eine gewisse technische, sichere Basis setzt. Was sind Kernwerte von euch, Dirk, bei Zweiradklauseln? Warum läuft es so gut bei euch? Was zeichnet euch aus? Das können sicherlich die Kunden eigentlich besser erzählen. Aber was viele melden, dass das authentisch wirkt. Also es ist kein perfektes Ambiente rundherum, aber ein, wie die Dänen, glaube ich, sagen, hügeliges Ambiente. Ist so ein hügeliges Flair hier. Genau. Man kommt rein, man ist an sich, wenn man reinkommt, direkt in der Werkstatt. Und die Kunden dürfen auch in die Werkstatt. Man ist in der Werkstatt. Man ist in der Werkstatt, wo wir jetzt ja auch sitzen. Genau. Und das zeichnet euch auch aus. Also ihr seid nicht der sehr schicke, micky Fahrradladen. Ihr habt dennoch hochqualitative Fahrräder einerseits und Werkzeuge und alles. Ja. Ihr zeichnet euch auch durch die Qualität aus. Ja. Hattet ihr es gut überlegt mit Jan? Wie lange dauerte dieser Prozess, dass Jan das übernehmen soll und wird? Eine Minute. Ja. Volle Überzeugung. Ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, wer es zuerst ausgesprochen hat von uns, aber hier. Es lag in der Luft. Ja, das lag in der Luft. Das lag in der Luft. Ja, genau. Und irgendwann hat man sich mal zusammengesetzt und überlegt und es kam ein bisschen von Dirk und Ulrike auch die, die Hinweise, hey, das ist selbstunständig, das ist, da hängt mehr hinter als das, was man bis dahin vielleicht gesehen hat. Und ja, dann habe ich mit meiner Frau nochmal überlegt, wobei eigentlich war der da drauf schon gelutscht. Und genau, dann wussten wir noch nicht ganz genau, wann es soweit sein soll, weil wir familiäre Verpflichtungen in Bayern oder ich familiäre Verpflichtungen in Bayern einfach noch hatte, woraufhin ich nach der Meisterschule dort auch erstmal noch ein Jahr gearbeitet habe, weil wir nicht genau wussten, wann wir hier wieder in den Norden kommen. Es war für Dirk und Ulrike natürlich so ein bisschen, ja, wann kommt er endlich, aber es ist Gott sei Dank ganz schnell gegangen und so, dass wir jetzt starten können zum 1.1. Wie gestaltet sich jetzt diese Übergangszeit? Du bist noch weiter hier vor Ort, Dirk? Wenig. Bis 31.12. ja und dann wenig, immer weniger. Ja. Also ich verpiesel mich schon oft. Und klappt? Ja, für mich ja. Und für mich ist es auch perfekt natürlich, weil ich einfach... Wenn er nicht hier ist. Ja. Es ist auch sehr gut, wenn er da ist. Nein, das ist ja der Vorteil an dieser ganzen Übergabe. Weil der Unternehmensberater hat letztes Jahr empfohlen, dass wir es zum 1.1.2022 machen sollten. Wir haben aber alle drei gesagt, es ist einfach ein großer Vorteil. Es ist recht sportlich, weil wir erst zum Juli hier wieder hochgekommen sind nach Husum. Es ist recht sportlich und einfach dieses Miteinander austauschen. Ich habe nochmal Fragen, wo ich einfach Dirk und Ulrike sofort fragen kann, was ist. Und ich will es nicht ausprobieren nennen, aber man hat schon mal so einen Start. Total. Ich meine, da kann man doch nur dankbar für sein, dass man diese Möglichkeit hat. Und nicht direkt, jetzt geht es los, kalte Wasser. Mach mal. Genau. Sehr cool. Aber Dirk, warum? Du bist ja an sich noch ein junger Hüpfer, noch keine 60. Aber dieses Jahr wird es noch 60 sein. Sag mal, warum kommt das jetzt? Fragen sich die Leute ja auch, Mensch, ist da irgendwas auf sich? Also es ist A so, dass man ja von anderen Firmen weiß, wenn die Nachfolger suchen, dass es schwierig ist. Und wenn man spät anfängt, wird es noch schwieriger. Da hat sich jetzt mit Jan die Möglichkeit ergeben, dass es früher sein kann. Und wie gesagt, bevor er sagt hier, ich warte keine fünf Jahre, dann mache ich was anderes, haben wir gesagt, das machen wir. Hinzu kam aber auch, nachdem das eigentlich schon klar war, dass es irgendwie in diese Richtung geht, haben wir durch die Corona-Zeit, wie soll ich das sagen? Das war für mich sehr, sehr anstrengend, weil wir Kunden nur von hier hinten ins Geschäft gelassen haben, man musste es sortieren. Und dann glaube ich auch, dass das irgendwann auch ein gewisses Alter sich doch merkbar macht, indem man das Ganze, was man beachten muss, nicht mehr so locker wegsteckt. Wie früher, wie noch fünf, sechs, acht. Genau, genau. Das habe ich also deutlich gemerkt in den zwei Jahren. Zum Glück nicht mit gesundheitlichen Schäden und nichts, aber es war so, dass wir, also nicht nur ich, sondern auch Ulrike und ich beide gemerkt haben, also so kann es sowieso keine fünf Jahre weitergehen. Kurz auf die Corona-Phase zu sprechen zu kommen, war das ein Glücksfall für die Fahrradbranche? Habt ihr so das Gefühl gehabt, da in dieser Zeit sind so viele Leute auf einmal Fahrrad gefahren, E-Fahrrad gefahren, haben sie ganz zugelegt? Ist so, ne? Das ist definitiv so. Absoluter Boom. War das zu managen für euch, vom Personal her? Also wenn ich hier lang fuhr, habe ich gesehen, da standen manchmal 15 Leute in der Schlange. Also wir haben es durch Personalaufstockung auch hingekriegt und seitdem Jan jetzt hier ist, da er durch sein Studium auch Produktionssteuerung viel besser, also die ganze Effektivität ist deutlich gestiegen in der Werkstatt. Ist der Andrang so groß, die Nachfrage immer noch so groß? Ja. Okay. Auch in Zukunft? Was meinst du? Äppt das irgendwann ab, dieser Hype, dieser Boom? Der Boom wird nicht so steil weitergehen nach oben, wie die Kurve jetzt die letzten zwei Jahre hochgegangen ist. Es wird irgendwann abäppen, wenn die Weichen aber in der Politik auch passend gestellt werden, wegen ökologischen Gründen, alternative Mobilitätskonzepte, dann wird es schon weitergehen, nur nicht ganz so steil. Was waren die Gründe, warum diese Kurve so steil ging? War das wirklich Corona? Leute konnten nicht mehr wegfliegen, wegfahren, suchten hier... Aber auch das Leasing, das Firmenleasing hier deutlich mehr geworden ist. Firmenleasing heißt, Arbeitnehmer eines Unternehmens kann über die Firma ein E-Bike leasen. Auch normales Fahrrad, ja. Oder auch normales Fahrrad. Gibt es auch noch? Ja, natürlich. Es ist vergleichbar mit dem Autoleasing, nur mit einer anderen Prozentregelung. Und darüber geht viel? Sehr viel. Weil die Räder ja auch nicht günstiger werden, im Regelfall. Dadurch tut es, wenn ich das Rad so kaufe, einmal sehr doll weh und durch die Leasingverträge ist es halt nur der monatliche Abschlag. Es gibt ja auch einen gewissen Vorteil, wenn ich es lease, das Fahrrad, durch die Gehaltsumwandlung. Und dadurch sind Preise nicht mehr ganz so relevant. Ist so ein Fahrradladen eigentlich eine Goldgrube? Ne. Warum? Harte Arbeit. Also weil es die... Ja, glaube ich. Wird die dann dementsprechend auch... Also ich finde es ist wenig. Dafür was... Die Marge, wie auf andere Produkte das ist. Wenn ich das mit einem Autoladen vergleiche. Ja, das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Also es suggeriert immer, wenn wir ein teures E-Bike verkaufen, dass wir auch viel dran verdienen. Dass dieses teure E-Bike im Einkauf natürlich auch teurer ist. Ich will nicht sagen, dass es manchmal unter den Tisch fallen gelassen wird. Aber es wird so, du verkaufst dir hier das 8.000 Euro Fahrrad und dann kannst du auch ordentlich was nachlassen. Also das gibt es, 8.000 Euro Räder. Ohne Probleme. Werden abgekauft? Ja. Was können die? Was können die, dass sie 8.000 Euro wert sind? Fahrradfahren. Besser als eins, das 3.000 Euro kostet? In der Regel schon. In gewissen Komfortausstattungen, ja. Tatsächlich. Was zeichnet so ein richtig gutes, teures Rad aus? Es gibt gewisse Premium-Marken, genauso wie in der Autobranche etc. Der Komfort spielt mit die größte Rolle. Sind es Federelemente, die mir ganz viel Komfort bringen? Ist es mittlerweile auch die vernetzte Geschichte? Also kann ich mein Handy da anschließen und sehe genau, wo ich langfahre? Ein Hersteller hat gerade das smarte System gebracht. Es wird alles umgemodelt. Wie funktioniert das smarte System? Das sind einfach Verknüpfungen, die auch offen gehalten werden, was in Zukunft alles kommt. Man hat es jetzt vorbereitet, man hat es auf einen neuen Datenstandard gebracht, dass man viel Daten verarbeiten kann. Und das ist das, wo es so in den nächsten Jahren hingeht. Es muss alles miteinander verknüpft sein. Verrückt. Ich kenne es von meinem E-Auto, dass da ab und an Software-Updates vom Hersteller kommen, die automatisch dann adaptiert werden vom Wagen. Ja. Passiert das auch mit Rädern? Das ist das neue System, dass ein Kunde beispielsweise nicht mehr zu uns für ein Update kommen muss. Ist das auch ein Grund, warum du gehst, Dirk? Alles too much? Wird zu doll? Also eigentlich bin ich ja eher oldschool. Ja. Ich fahre Käfer und kein Hightech-Auto. Jedenfalls ich nicht, meine Frau schon. Das ist manchmal schon so, dass ich da stehe und sage, das ist ja alles toll. Das weiß ich nicht und ich glaube, ich will das auch nicht mehr wissen. Hinterher komme ich schon und frage, wie das ist, weil es mich schon interessiert an sich. Aber wenn es oben nicht mehr so ganz so schnell alles hier zusammenkommt. Dieser technische Fortschritt ist ja so enorm und so schnell. Da kommt man dir eigentlich gar nicht hinterher, es sei denn, man studiert das oder ist da wirklich jeden Abend dabei. Da ist Jan da deutlich besser aufgestellt für. Heißt, wenn auch Probleme mit der Technik, mit der Sensorie, wie auch immer, das kann hier auch vor Ort gemacht werden? Ja. Das hat dann ja auch gar nichts mehr mit dieser klassischen Fahrradreparatur zu tun, die du ja auch mal gelernt hast, die dein Vater mal gelernt hat, die dein Großvater mal gelernt hat. Ja, ja, damit hat es gar nichts mehr zu tun. Aber doch im großen Teil schon. Wir haben auf der einen Seite natürlich hochtechnologisiert, wir haben aber auch ganz klassische Räder, das Hollandrad mit der Dreigangsschaltung, wo der Plattwuchs gemacht wird. Das mache ich dann eher. Da kommt Dirk dann nochmal. Gucken wir mal. Achso, nachher. Nee, das mache ich auch nicht. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Da kommt jetzt Dirk nochmal die Tage drauf, Dirk, da ist nochmal eine Dreigangsschaltung, da kannst du nochmal ran. Wobei die reine Technik, Mechanik, wenn gar nicht Elektrik dabei ist, ist auch total interessant und spannend. Und es bringt auch Spaß, nicht an 8.000 Euro Fahrrad zu reparieren, sondern auch an dem normalen, was es für 900 Euro gibt. Also wir lieben, oder anders, wir leben Fahrrad hier eigentlich. Wenn ich mir angucke, Personal kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber wir haben eine Auszubildende, die fährt aus Flensburg mit dem Fahrrad hierher. Wir haben einen Kollegen, der ist gerade drei Wochen im Urlaub zum Fahrradfahren in Frankreich. Und da ist das relativ egal, was für ein Fahrrad hier reinkommt, Hauptsache es wird Fahrrad gefahren. Ich kann das bestätigen, weil als die Kamera noch aus war, fragte ich dich nach deinen Lieblings Hobbys. Und du sagst Radfahren. Ja. Du hast hier tagtäglich 10, 8, 12, 14 Stunden mit Fahrrädern zu tun und in deiner Freizeit willst du Fahrrad. Ja. Das ist einfach Kopf freikriegen, raus, fahren. Okay, natürlich auch sportlich, aber man ist in der Natur und ja, so wie Dirk Käfer fährt, fahre ich Fahrrad. Hobby zum Beruf machen, kann man ja schon fast sagen. Es war exakt das. Ich meine, davon träumt doch letztendlich jeder. Ja, das war der Schritt, der es dann irgendwie ausgemacht hat. Wir haben einen Vertreter hier gehabt, der hat immer davon gesprochen, naja, Beruf kommt von Berufung irgendwie. Und das war auch ein Punkt, den Dirk und Ulrike mit so getroffen haben und gesagt haben, du machst das mit Leidenschaft. Und das merken die Kunden einfach. Und das ist nochmal was anderes, als wenn man, man kann sich alles anlesen. Aber wenn man wirklich unterwegs ist, egal ob es jetzt sportlich auf der Feierabendrunde ist oder mit der Familie auf einer größeren Fahrradtour, man kann es, glaube ich, rüberbringen. Und das merke ich jetzt auch schon hier, wenn man einfach mit dem Kunden im Gespräch ist. Funktioniert. Fährst du Fahrrad oder E-Fahrrad? Fahrrad. Was, grinst du so? Ein Affront? Nein, 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 das ist kein Affront. Das gehört genauso dazu. Wahrscheinlich bekommen wir ein E-Lastenrad in der Familie. Dann würde ich E fahren. Ja, das ist richtig. Wie du weißt, fahre ich ja auch eins. Das weiß ich. Ist das in Ordnung, unter 30, das zu fahren? Vollkommen. Hauptsache Fahrrad. Also früher haben die Jugendlichen mit 15 Mofa gefahren. So versteht dich keiner, Dirk, wenn du so weit wegsetzt. Echt nicht? Früher haben die Jugendlichen hier Mofa gefahren mit 15, da haben sie gar nicht getreten. Und das hat jeder in Ordnung gefunden. Also finde ich, ist ein E-Bike selbst für einen 15-Jährigen in Ordnung. Ich glaube, jeder hatte schon mal diesen Moment, man fährt mit seinem normalen Fahrrad und wird von Naomi mit dem E-Fahrrad überholt. Und da ist für ganz viele der Fall, okay, entweder werde ich sportlicher oder ich lege mir auch eins zu. Bei mir war letzteres der Fall. Ich bin unendlich happy, eins zu haben. Ich bin nicht so ein Fahrrad. Ich war noch nie ein großer Fahrrad-Fahr-Fan. Aber seitdem fahre ich einfach so gerne wieder Fahrrad. Weil es ist einfach nicht mehr so anstrengend und man erlebt, man sieht was, man kommt voran. Ich war im letzten Jahr in den Sommerferien Corona-Zeit mit dem Fahrrad durch Schleswig-Holstein unterwegs. Das war großartig. Also bei mir war auch dieser Hype, Fahrradfahren wurde immer mehr. Aufs Personal zurückzukommen, komme ich gerade drauf. Aus Flensburg fährt sich jeden Tag oder? Nein, jeden Tag nicht. Regelmäßig. Regelmäßig. Mit dem E-Fahrrad, mit dem Fahrrad. Mit dem normalen Fahrrad. Mit dem normalen Fahrrad hierher. Dann lass uns über Personal sprechen, weil da muss ja auch eine gewisse Leidenschaft sein. In Flensburg gibt es wahrscheinlich auch Fahrradläden. Warum bei euch? Und wie ist es mit dem Personal? Warum bei uns? Sie hat gesagt, es ist nicht die Porsche-Werkstatt, es ist das familiäre. Und ja, hier fühle ich mich wohl. Ich fühle mich nicht wohl in einem großen Laden, wo alles aufgeräumt und super ist. Das hat den Ausschlag gegeben. Sie hat sich andere Läden auch angeguckt. Und siehst du das? Was zeichnet euch aus, Dirk? Also ich glaube schon, dass das... Was setzt euch auch ab von anderen Fahrradverkäufern, Händlern, Werkstätten? Ich kenne eigentlich wenige, deshalb kann ich es nicht so richtig beurteilen. Nochmal, die Leute finden uns authentisch und familiär ist es. Und so ist es auch für die Mitarbeiter. Gibt es einen Personalmangel in dieser Fahrradbranche? Auf jeden Fall. Bei euch aber nicht? Na, nicht wirklich. Nö. Also wir können uns nicht beklagen. Ja. 17 Leute seid ihr. Ja, insgesamt. Wir haben ein paar Schüler, genau. Was macht ihr hier? Ihr verkauft Fahrräder, ihr verkauft E-Bytes, ihr repariert diese, ihr habt Zubehör. Hast du zusammengefasst? Das sind die Hauptpunkte, ja. Wenn man zu viel weiß. Ja, genau. Haben wir zu viel erzählt gestern. Ja, genau. Ja, aber wovon lebt ihr? Ist das die Werkstatt? Ist das der Verkauf? Ist das das Zubehörgeschäft? Alles, ich weiß. Alles. Der große Umsatz ist natürlich auf der anderen Straßenseite im E-Bike-Center. Aber, so wie Dirk das gerade angesprochen hat, eine Werkstatt, freie Werkstätten in der Autobranche ist natürlich auch, also wenn man gut repariert, einen guten Ruf hat und gute qualitative Arbeit abliefert, vielleicht auch noch schnell ist, dann verdient man darüber natürlich auch Geld. Da macht es die Masse dann irgendwann, ne? Und wenn es dann auch gut ist? Ja, auch die Effizienz, die Effizienz. Einfach. Und bei euch wird ja auch Service großgeschrieben. Ich meine, ich komme regelmäßig ran, da wird nochmal der Reifen aufgepumpt, da wird die Kette nochmal geölt. Das wird ja alles einfach mal so nebenbei gemacht. Kommt ihr rein, sagt Moin hier und geht wieder weg. Das Service wird ja auch großgeschrieben. Ja. Du hast angesprochen, drüben ist ein reines E-Bike-Geschäft. Ja. Und dann nur E-Bikes. Wenn man mittlerweile eigentlich mehr E-Bikes verkauft als normale Fahrräder. Ja. Ist so? Ja. Das hat sich verschoben. Krass. Wobei wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren sagen müssen, das klassische Fahrrad, es ist nicht tot. Es ist trotzdem immer noch. Es wird auch häufig ganz bewusst gekauft. Häufig geht es in Richtung Manufaktur. Sehr individuelle Räder, die wirklich auf den Kunden zugeschnitten sind. Von der Farbe her, über die Schaltung, über Sattellenker und so weiter. Das merken wir schon, dass das trotzdem noch nachgefragt ist. Aber der große Boom ist das E-Bike. Wann wurde das E-Bike-Center eröffnet, Dill? 2018 im März. Vor jetzt vier Jahren. Also da warst du knapp sechs Jahre dabei. Weshalb der Schritt? Weil der Bedarf, die Nachfrage da war? Also wir haben es halt gemerkt, dass das... Ich meine, eure Kapazität, die Größe ist hier begrenzt. Die ist hier total begrenzt, ja. Wir hatten ursprünglich, wie wir anfingen, zwei, drei E-Bikes vorne im Geschäft. Dann haben wir hinten den Laden, den Raum ausgestattet. Und dann hat es sich ergeben, dass wir drüben, wo der ehemalige Wettbewerber war, dass wir den Laden übernehmen können, die Räumlichkeiten. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Und das war der einzig logische Schritt, dass das... Weil ein Kunde, der kommt, weiß, ob er ein E-Bike oder ein normales haben will. Das weiß er schon vorher. Das weiß er vorher. Und deshalb kann er auch gleich da rüber gehen. Also ich muss nicht erst mit dem Kunden hier Beratungsgespräche anfangen und dann rüber gehen, sondern er kann gleich rüber gehen. Und deshalb haben wir es einfach so getrennt. War für dich immer klar, hier zu bleiben, auf dieser Decke, sag ich mal, in dieser Lage? Da kam nichts anderes in Frage, ja. Warum? Weil wenn man so mal drauf guckt und als Autofahrer hierher kommt, um sich Räder anzugucken... Total doof, ne? Total beschissen. Ja. Aber kam trotzdem nie in Frage. Ja. Warum nicht? Weil A, die Räumlichkeiten Familienbesitz sind, das ist das eine. Und das andere ist, Ulrike und ich, wie wir uns überlegt haben, wir wollen was anderes machen, war ursprünglich, dass wir gesagt haben, das ist richtig toll, da ist die Sitzecke im Hof, da können wir jeden Nachmittag Kaffee trinken. Und ich habe immer ein Faible gehabt für Werkstatt und dann habe ich gesagt, dann übernehmen wir das Geschäft und lassen es hier. So ein bisschen Kindheitserinnerung auch von meiner Seite, also ein bisschen Gefühlstuseleih schon dabei. Und so hat sich das immer weiterentwickelt hier. Also es kam nie in Frage, was anderes auszulagern, also hier groß neu zu bauen oder... Aber gab es noch mal Rückmeldungen von Kunden? Mann, hier kommt man ja echt schlecht hin. Ja. Aber ist das so? Das ist denn so. Die spielen ja trotzdem. Ja. So, Jan, Dirk und Ulrike gehen. Ja. Der Familienbetrieb ist nicht mehr in der offiziellen Familie. Wann ziehst du um hier? Gar nicht. Warum nicht? Es hat den Charme hier einfach. Wir sind in der Nachbarschaft hier groß geworden. Und so wie Dirk das gerade sagte, wir sind einfach ein Nachbarschaftsladen auch, wo man auch mal fünf Minuten Zeit für einen Plausch hat. Und ja, wir haben Mitarbeiter, weil sie hier den Charme haben und finden. Und warum sollen wir uns da denn großartig verändern? Natürlich, Platz ist immer ein Thema. Wir müssen viel hin und her räumen. Wir müssen viel wissen, wo was steht und da auch schnell am Kunden sein. Aber nein, hier der Standort ist gesetzt. Der ist gesetzt. Nichtsdestotrotz übernimmt jetzt ein junger Mann, gerade 30 geworden, den Laden. Was soll hier passieren in der nächsten Zeit? Die wichtigste Botschaft hier draus soll auch sein, es bleibt so, wie es ist. Es geht so weiter. Der Name bleibt. Es ist halt nur ein anderer Kopf dahinter. Also Logo bleibt, Name bleibt. Standort bleibt. Standort bleibt. Sortiment bleibt. Was natürlich ein bisschen dazu kommt, ist einfach durch mein Hobby, neben dem Fahrradfahren, dem Triathlon auch, dass man von vielen Leuten angesprochen wird. Hast du nicht ein bisschen was Sportlicheres? Vielleicht noch ein Rennrad? Und da kann ich sagen, dass wir gerade mit einem großen, bekannten Hersteller einen Vertrag unterschrieben haben, wo wir auch in die sportliche Rennrad-Cross-Gravel-Geschichte gehen einfach. Ach, sehr cool. Dirk, hattest du eigentlich gedacht, dass wir dieses Gespräch führen müssen, dass die Leute denken, der Klausen hört auf und der Laden wird dicht gemacht? Ja. Bist du überrascht gewesen? Ähm, ja, ich hab's ja selber ein bisschen falsch kommuniziert am Anfang, weil ich gesagt hab, ich hör auf. Und den zweiten Satz nicht weiter vervollständigt habe. Ja. Ähm, und dann, so ein Gerücht geht natürlich schnell, ähm, und bevor, also das sind auch Leute, die einfach gar nicht mehr gekauft haben. Und da hab ich gesagt, wir müssen was machen. Ähm. Also wir wurden drauf angesprochen, wirklich von Kunden auch hier. Ja, sehr schade, dass ihr aufhört, Mensch, wie kann das sein? Nee, dass die gesagt haben, die haben jetzt woanders gekauft, weil es ja hieß, wir hören auf. Tatsächlich? Ja. Unsere Kunden haben uns empfohlen und die wiederum haben dann nicht gekauft, weil sie gehört hätten, der hört auf. Und man weiß dann ja nicht, wie es weitergeht. Deswegen, wir sind glücklich, dass wir diese Info gekriegt haben. Total. Daraufhin dann. Gibt's nicht. Ja. Ja. Aber ich mein, wir halten fest, Laden bleibt, Logo bleibt, Standort bleibt, Sortiment bleibt, wird erweitert. Nur, in Anführungszeichen, der Inhaber ändert sich. Und das kann ja eigentlich nur zweitrangig sein. Das findet man vielleicht im Impressum, wer letztendlich der Inhaber ist. Genau, ja. Wirst du denn eigentlich noch hierbleiben, wenn Inhaberwechsel stattgefunden hat? Eher nicht. Und wenn, dann soweit im Hintergrund, dass man es nicht sieht. Wenn, dann vielleicht nochmal die drei. Also, das ist ja jetzt schon so, ich halte mich ja deutlich im Hintergrund, weil, A, sollen die Kunden jetzt schon Jan kennenlernen, er soll die Kunden kennenlernen. Und, dass einfach der Übergang nachher nicht jetzt von jetzt auf gleich ist, als wenn man hier ins kalte Wasser springt, dass es ein fließender Übergang ist. Ich möchte in den letzten zehn Minuten über die Historie sprechen. Wir müssen dann schon 70 Jahre fast zurückgehen. Zwei Rad Clausen, haben wir schon gehört, das ist ein Familienbetrieb. Ja. Der ist schon seit 70 Jahren, ich weiß gar nicht, ob es ein Bild, da oben hängt auch ein Bild aus den 60ern, wo auch schon der Laden hier stand. Ja. Wo auch schon die Parkplatzsituation bescheiden war. Ja, genau. Und da wollen wir nochmal kurz eingreifen. Wo parkt man eigentlich hier? Also, hinter Adolf-Mengel-Straße, also nicht das Osterende, sondern die Adolf-Mengel-Straße. An der Seite darf man halten, zum Be- und Entladen, also heißt, da passiert dem Kunden nichts, solange er nicht auf dem Bürgersteig mit einem Rad steht. Oder hinter dem Geschäft in der Adolf-Mengel-Straße sind zwei Parkplätze, da kann man auch stehen. Und hier vorne? Ja. Was sind die beiden angesprochenen? Nee, hier hinter dem Gebäude und hier an der Straße ist das, was ich gerade eben sagte. Okay, also ein paar gibt es schon in der Tat. Und die meisten kommen ja auch, wenn sie gerade in die Werkstatt wollen, mit dem Fahrrad. Genau. Wahrscheinlich. So ist es auch. Vielleicht der Gedanke dahinter. Förderung der Mobilität, der Fahrradmobilität. Aber wollen wir die 70 Jahre zurückgehen? Nur kurz, also nicht abschalten. Wie kam das dann mal zustande, weißt du das? Und mein Großvater, federlicherseits, hatte eine Hufschmiede. Pferde wurden beschlagen. Und das war natürlich in den 50er Jahren dann auch nicht mehr so. Hier? Hier an diesem Standort, ja. Da oben ist die Schmiede, die Esse. Welcher von den beiden mein Großvater ist, weiß ich nicht. Das vergesse ich immer. Und 53 haben sie sich entschieden, Fahrräder mit zu verkaufen. Ja. Und das war dann mein Großvater, der da mit gestartet ist. 61 ist er verstorben, dann haben es meine Eltern übernommen. Und 2010 ist mein Vater verstorben, dann hat meine Mutter es noch drei Jahre gemacht. Sag mal, wie alt war sie da? 75. Sie hat bis zu ihrem, bis 75 hat sie diesen Laden noch geschmissen. Genau, genau. Wahnsinn. Und so alt wolltest du aber nicht werden? Ne, doch, ich will so alt werden, unbedingt. Unbedingt. Ich hoffe das auch, aber du wolltest, als Geschäftsführer, Inhaber wolltest du nicht 75 sein. Genau, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das ist wirklich sehr kurz zusammengefasst. Warum vor zehn Jahren hast du gesagt, jetzt mache ich das hier? Das waren von Ulrike und mir persönliche Gründe. Ja. Wir haben was gesucht und das hat sich gut angehört und angefühlt. Ja, da war ja was. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Haben grob mal überschlagen, was meine Mutter verkauft hat in den letzten drei Jahren. Haben gesagt, das reicht nicht für uns, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und den Rest haben wir einfach gesagt, das wird schon irgendwie werden. Wann kam Jan das erste Mal ins Spiel? Das war 2013. Das war, ich habe mit Dirk und Ulrike angefangen. Auch hier mit umgebaut. Ja, das habe ich schon gehört, aber du standst ja nicht einfach auf der Matte. Ach so, wir kennen uns von früher, ja. Vom Sportverein. Wir kennen uns seit 20 Jahren aus dem Sportverein. Also wirklich von bei mir klein auf, ja. Das finde ich einfach nochmal wichtig hervorzuheben. Also ja, es ist nicht blutsverwandt, aber letztendlich kennt ihr euch schon ewig. Ja. Kann man so sagen, ja. Zu der Zeit warst du aber noch im Studium. Richtig. Und das ist, finde ich, auch wichtig hervorzuheben. Du hast ja Maschinenbau studiert. Genau. Dann aber geswitcht irgendwann. Nee, ich habe auch abgeschlossen. Ja, aber dann hast du zumindest. Genau. Dann, nach meinem Bachelor habe ich mich entschieden, nachdem wir, nachdem Dirk und Ulrike mal so ein, zwei Hinweise gegeben hatten und wir das öfter mal zusammengesessen haben und uns überlegt haben, wie man es machen kann, dass eventuell, um es auf eine technische, sichere Basis zu stellen, einfach einen Meister noch zu machen. Also anstelle Master, Meister sozusagen. Wie lange dauert der? Der ist Vollzeit ein halbes Jahr. Wo? In Frankfurt. An welcher Schule? Das ist die Bundesfachschule. Darf ich fragen, ne? Das hast du richtig gut gemacht, ja. Dann sagt er das halt nicht selbst. Nee, genau. Ja, okay. Ja, super. Klingt ja imposant. Ist es sicher, lieber. Es gibt theoretisch in Deutschland nur zwei reine Zweiradmeisterschulen, die Fahrrad machen. Ansonsten ist man immer mit Motorrad gemischt. Ah ja. Und das Motorrad hat dann 75 Prozent. Und deswegen Frankfurt oder Münster. Und Frankfurt ist halt die Schule für Zweiradmechaniker. Da haben wir hier in Husum ja einen echten Könner. Mit Jan. So ist es. Und du hast auch einen, der dein Geschäft übernehmen wird zum 01.01.2023. Der ist viel besser dafür geeignet als ich von der Ausbildung. Und wie viele Jahre willst du das machen? Auch nur zehn? Nee. Länger. Aber ich würde mich auch freuen, wenn rechtzeitig jemand da ist. Ja, du hast ja schon selber für Nachwuchs gesorgt. Ja, das stimmt. Das passt dann auch. Wie alt ist er? Anderthalb. Na, guck mal. Bis den muss er noch. Zehn Jahre, dann geht er. Aber er war schon hier und er dreht schon fleißig an den Pedalen. Ja, wa? Ja. Die Leidenschaft des Fahrradfahren wird ja auch wahrscheinlich weitergegeben. Ja. Er hat von Anfang an mit im Kinderanhänger gesessen, sobald das erlaubt war. Ja. Und ja, sitzt auf seinem Dreirad noch. Und dann schauen wir. Was kommt, das kommt. Herrlich. Dann habe ich an sich nur noch zwei Fragen zum Abschluss. Eine Frage, die stelle ich nämlich immer im Podcast. Mit wem würdet ihr beiden gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet? Und eine, die frage ich recht selten, weil es sie nicht so oft muss. Dirk, zu welchem Friseur gehst du eigentlich? Petra. Ja? Ja, zu Petra. Ja, natürlich. Zum Spitzenschneiden muss man doch, wenn man lange Haare hat, oder? Sonst brechen die. Ja, genau. Hat man mir gesagt, ja. Wie kam dieser... Wer dich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen hat, liest dir Klausen und guckt das Video an. Nee, das ist er nicht. Doch, das bin ich. Ja, wie kam der? Wie das mit Corona anfing. Und da habe ich gesagt, die Friseure waren ja zu. Ja. Da habe ich gesagt, ich gehe jetzt gar nicht mehr hin, bis Corona kein Thema mehr ist und keiner mehr drüber redet. Und im Moment wird ja noch... So weit sind wir noch nicht. Ja, eben. Deshalb wachsen sie auch noch. Aber inzwischen bin ich auch so weit. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich abschneide. Das war jetzt eine lange Durststrecke. Hier, jetzt gucken wir mal. Außerdem durfte ich früher nicht die Haare lang haben. Guck mal. Und jetzt bin ich alt genug. Jetzt geht das auch so. Ich habe noch ein bisschen tabellieren. Genau, genau. Ja. Aber ich hatte die auch mal so lange. Ich würde es so gerne wieder, aber das geht leider nicht mehr. Also ich beneide dich. Ernst? Ja, ist so. Ich schätze gerne. Siehst du, deshalb überlege ich mir da dreimal, ob ich die abschneide. Ja, macht also. Herrlich. Ein guter Kumpel von mir. Jetzt hat sie auch so lange. Ich beneide ihn jedes Mal drum. Ich hatte sie vor ein paar Wochen noch ein bisschen länger. Konnte ich zumindest noch ein bisschen hinter das Ohr wieder. Das ist ein tolles Gefühl. Der wusste ich gar nicht. Ich bin so, ne? Ja. Steht das bei dir auch noch an? Nee. Nee. Der war erst beim Frühstück. Ich war gerade. Ganz frisch auch für den Podcast, ne? Ja, natürlich. Ja, ne? Du warst heute. Oder gestern? Gestern. Ja, gestern. Ich habe so dichtes Haar und das wird so warm. Gerade mit dem Helm noch. Nee, die müssen warm. Warm ist was, das kann ich bestätigen. Ja, ja. Das habe ich auch nicht gedacht. Trägst du auch mal Zopp? Ja. Ja? Hm. Habe ich überlegt, ob ich es heute mache oder nicht und dann habe ich es gelassen. Wurde zu Hause entschieden, nee, trag mal auf. Genau. Nee, habe ich kurz vorher noch entschieden. Okay. Herrlich. Gut. Tee trinken. Mit wem würdet ihr das gerne mal? Ich wollte nämlich schon immer mal mit euch eine Tasse Tee trinken. Das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdet ihr gerne mal, wenn ihr könntet? Ich würde gerne mit Dierks Vater nochmal einen Tee trinken. Mhm. Das ist, ja. Mit dem wird es eher ein Bier werden. Ja, oder ein Tee mit Schuss, aber, ja. Was würdest du ihn fragen? Was ich ihn fragen würde, wie er so lange den Spaß dran behalten konnte. Ich meine, wir sprechen von, wie viele Jahre? 40? Wie ist dein Vater gemacht? Der hat es ja 61, 61 Jahre. Nee, Quatsch. 51 Jahre. Oder? Augenblick. 61 bis 2007. 59 Jahre waren es. Ja. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und du, Dirk? Ich würde gerne mit Tina Törner malen. Tasse Tee trinken. Ja, genau. Ich war gerade in Zürich und sie hat sich am Zürcher See ein Anwesen gekauft für, ich weiß nicht wie viel. Ich weiß ja nicht, was Jan bezahlt hat für die Übernahme. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber nicht viel. Nicht viel. Ja, glaube ich, vielleicht darf vor Ort eine Tasse Tee trinken. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Genau. Ich habe mich gewundert, dass du nicht an Ulrich oder Ähnliches sagst. Nee. Hast du da so Idole beim Fahrradfahren? Mir fällt nur er und Mr. Armstrong. Neil war Lance. Ja, Lance. Ja, Lance, ja. Lance war Tour de France, ja. Also, ich habe immer auch im Triathlon gesagt. Ich war ja auch recht aktiv. Und das ist alles Hobby, was wir machen. Oder ambitionierten Hobbysport. Wenn man dann doch schon zehn Stunden die Woche trainiert, ist es nicht mehr ganz so richtig Hobby. Aber die verdienen da ihr Geld mit. Und da muss man auch so realistisch sein. Und dass man da nicht hinkommt. Machst du noch Triathlon? Im Moment gerade ist es weniger, weil ich habe mir einen Nagel eingetreten. Das ist ja, weil es gestern passiert. Ja, wir haben ein Haus gekauft, dann sagen wir es so. Wir haben ein Haus gekauft, da ist auch viel zu tun. Natürlich ist für die Übernahme viel zu tun. Und es ist jetzt einfach, und natürlich die Familie, wenn man einen Sohn hat, sind die Prioritäten auch erst mal verschoben. Und das gibt eine Zeit, das ist euch bei vielen anderen auch gesehen. Und schauen wir in anderthalb Jahren. Kommt man denn da wieder rein? Ja. Nach anderthalb Jahren wieder in den Triathlon. Ich meine, das ist ja nicht ohne. Also, ich mache ja schon so ein bisschen was nebenbei noch, nur natürlich nicht mehr in dem Umfang. Und klar, man hat vielleicht ein, zwei Kilos mehr. Aber das geht ganz schnell wieder. Schön. Ich bin gespannt, was hier ab dem 01.01.2023 passiert. Wir haben erfahren, es wird gar nicht viel anderes passieren. Ich fasse nochmal zusammen, damit es auch alle verstehen. Logo bleibt, Name bleibt, Sortiment bleibt, Angebot bleibt, Standort bleibt. Nur ein neuer, jüngerer Besitzer, genau so wie es sein soll. Genau. Dazu kann ich eigentlich nur gratulieren, Dirk. Schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Dirk. Das war TORUS Tea Time, hier bei Zweirad Clausen, das auch immer noch Zweirad Clausen heißen wird. Danke. 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 Vielen Dank.